You shall not mock Mokito considered harmful. Ich möchte euch einfach mal auf eine kleine Reise mitnehmen, weswegen ich Mokito wirklich schlecht finde und auch versuche nicht zu benutzen in meinem Code. Und ja, schauen wir mal, was die Diskussion danach bringt. Genau, also minimal muss man ein paar Begriffe, glaube ich, klären. Dann meine goldenen Regeln des Testens möchte ich euch zeigen. Ja, und dann wollte ich einfach ein paar Beispiele durchsprechen. Also ich habe ein paar Screenshots dabei und dann habe ich einfach so ein kleines Testrepo angelegt, wo ich so ein paar Cases vorbereitet habe. Genau, und es ist mit Absicht so ein bisschen provokativ das Ganze. Und ja, mir ist klar, es gibt immer Edge-Cases. Ja, ich benutze auch Mokito, meinen Code, und lasse uns nicht über irgendwelche Begrifflichkeiten streiten, weil ich habe gemerkt, besonders in diesem Test-Ökosystem, da alle Begriffe sind einfach zehnfach überladen. Jeder hat da irgendeine andere Definition darüber. Okay. So, worüber will ich überhaupt sprechen? Ich möchte jetzt nicht unbedingt im Speziellen über so Mini-Tests reden. Ja, ich habe irgendwie einen Date-Format da programmiert und jetzt teste ich den mal durch, dass der richtige Datum formatiert. Sondern ich meine jetzt, ich möchte schon eher so das große Ganze darüber reden, eben wenn ich eine Anwendung schreibe, wie ich die Funktionalität dieser Anwendung testen kann, dass die Business-Cases, sag ich mal, richtig funktionieren. Und in der Regel benutzen wir irgendeine Art und Form von einer Layered-Architecture. Heißt, man hat ja so verschiedene Ebenen. Man hat da irgendeine Datenbank-Schicht, man hat irgendwie Controller, man hat Business-Logik in Services. Und da gibt es auch total gute Architekturmustern, wie hexagonale Architektur oder Onion-Architektur und solche Geschichten. Ganz allgemein würde ich halt einfach sagen, dass meistens ist es halt so, dass man irgendwie eine Art Business-API definiert. Meistens als Java-Interface oder halt einfach als Klasse. Und das ist dann das, was eben der REST-Controller benutzt oder irgendein UI-Framework oder CLI oder was auch immer. Und diese API, sag ich mal, ist stabil in der Art und Weise, dass sie halt sich nur ändert, wenn die Fachlichkeit sich ändert in den meisten Fällen. Refactoring betrifft meistens diese API nicht, sondern Refactoring ist irgendwas, was innen drin dann halt passiert und alles umwirft. Manche Leute nennen so etwas dann Behavior-Driving-Test, wenn man dann solche Sachen testet oder Acceptance-Test. Ich spreche jetzt einfach ganz allgemein über Tests und ich denke, dass meistens diese Art von Tests so die wichtigsten sind, die man schreiben kann, weil sie eben so die Anwendung der Gesamtheit testen und dann zeigt, dass es halt funktioniert. Und hilft mir nichts, dass alle meine einzelnen String-Converter funktionieren, richtig funktionieren, wenn die Business-Logik in Gänze halt nicht funktioniert. Genau, also darüber möchte ich reden. So, und weil es ja um Mokito, Mox und so weiter geht, wollte ich jetzt auch noch einfach mal vier Begriffe definieren. Ja, da gibt es auch vielleicht andere Definitionen, die man im Internet finden kann. Jetzt einfach mal für die Diskussion wollte ich das so definieren, dass es halt Stubs, Fakes und Spies gibt, wobei ein Stub einfach was, ein dummes Stück Code ist, das keine Logik enthält und einfach einen bestimmten Wert zurückgibt. Ein Fake, im Prinzip eine Implementierung, Neu-Implementierung einer komplexen technischen Geschichte ist, wie Datenbank oder sowas, aber eben simpel implementiert. Also, zum Beispiel, anstatt, dass ich eine Cassandra-Datenbank nehme, nehme ich einfach eine Hash-Map, so. Das kann zum Beispiel ein Fake sein. Heißt, es ist funktional und läuft aber komplett in memory. Ein Spy wiederum ist auch wiederum wie ein Stub einfach eine leere Implementierung. Ich kann aber, nachdem der Test gelaufen ist, ein Spy fragen, wie es denn benutzt worden ist, welche Methoden wurden aufgerufen, mit welchen Parametern und so weiter. Und final definiere ich jetzt mal ein Mock einfach als ein generiertes Objekt von einem Framework-Tool wie Mockito, das halt alle diese drei Sachen machen kann. Und was ich halt interessant finde, ist, dass die meisten Frameworks oder Tools wie Mockito sind total praktisch, um Stubs und Spies anzulegen. Aber ein Fake, weil das ja eben Zustand hat und auch ein Verhalten implementiert, das halt eigentlich nicht umsetzbar ist mit solchen Tools. Klar, man kann da irgendwie Sachen rumprobieren, aber man merkt sofort, dass das Stuff eigentlich nicht gedacht ist. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, weswegen ich das halt Mockito dann gar nicht so sinnvoll erbrachte, ist, dass ich denke halt, dass Fakes eigentlich der Default sein sollten für die meisten Tests. Und Stubs und Spies eben nicht. Und daraus folgt dann für mich so ein bisschen, weswegen ich denke, dass Mocks nicht so das Wahre sind. Deswegen, ich sehe, ich habe eine Ewigzeit. Okay, gut. Gut, deswegen meine Testregeln für mich so sind, Mockito einfach nicht nutzen, außer wenn es wirklich wirklich sein muss. Zweite wichtige Regel für mich ist immer, ich möchte immer den gesamten Objektgrafen testen. Heißt, wenn ich ja meine Anwendung habe und ich habe einen Service, der jetzt benutzt für einen Controller, der benutzt wiederum andere Services und Converter und hast du nicht gesehen und irgendwo unten drunter dann die Datenbank. Das will ich alles zusammengeschafft haben. Ich will keine Tests schreiben, wo nur ein Service drin ist und die ganze andere Businesslogik, die davon dann noch benutzt wird, dass die weggemockt ist oder irgendwas. Da ich ja trotzdem keine anderen Systeme testen möchte, also IO und so weiter, fake ich dann alle externen Dependencies weg. Dann zu den weniger wichtigen Regeln sind sowas wie, solche Tests sollten in der Form immutable sein, dass die sich nur ändern dürfen, wenn sich die Fachlichkeit auch ändert. Wenn man solche Tests schreibt, dann sind die auch meistens stabil, weil man benutzt ja die API des Services. Das heißt, die sollten sich nicht ändern müssen, nur wenn die Implementierung sich geändert hat. Das heißt, wenn so ein Test fehlschlägt, dann ist das meiste noch tatsächlich ein Fehler und eben nicht einfach nur, es wurde erkannt, dass das Programm intern sich als anders fällt wie vorher. Man sollte externe Dependencies immer hinter einem möglichst kleinen Interface verstecken. Verstecken heißt nicht irgendwie JDBC direkt über benutzen, den Service Code, sondern aufs Nötigste beschränken, weil dann ist das Ganze auch testbar. Wenn man solche Fakes schreibt für externe Abhängigkeiten, dann sollten die auch getestet sein, also dass eben sicher gegangen wird, in gewisser Art und Weise, dass diese Fakes sich eh nicht gleich verhalten, wie das echte, die echte Sache. Genauso wie andere Tests, also solche Mini-Unit-Tests, die irgendwelche geholfen haben beim entwickeln des originalen Code. Wenn man den komplett perfekt hat, dann denke ich, kann man die einfach wegschmeißen. Dann haben die keinen Nutzen mehr, weil die meiste Sinnhaftigkeit hat man eben durch diese Art von Test, über die ich jetzt hier spreche, nämlich schon erreicht, dass man weiß, dass das Programm sich richtig kriegt. Okay. Jetzt zu den eigentlichen Thesen, weswegen ich Mocking schlecht finde. Oft, wenn ich mit dem Thema über Leute rede, dann haben die reine technische Brille so auf. Aber ich finde halt, Coden oder alle Sachen so, auch Architektur oder was auch immer, hat alles so eine soziale Komponente auch. Sieht man ja auch an Conway's Law oder so in der Microsource-Architektur. Dass es total wichtig ist, was für Kommunikationswege es zwischen Teams gibt, weil die eben Einfluss darauf haben, wie erfolgreich eine Architektur sein kann oder nicht. Genauso sehe ich es halt hier jetzt zum Beispiel mit so einem Tool wie Mockito auch. Es gibt so eine Grundregel, nämlich das sagt, das Unclean-Code oder halt schlechter Code im Allgemeinen ist meistens schlecht testbar. Guter Code ist meistens gut testbar. Heißt nicht, dass gut testbarer Code um den gut sein muss. Aber was der Mockito einem hilft, ist eben schlechten Code leicht zu testen. Was ich finde halt nicht der Sinn der Sache sein sollte. Aus dem Grund ist ja auch was durch eine Tooling überhaupt entstanden. Wie kann ich irgendwie eine Klasse mit 50 Methoden, die 30 Parameter hat, testen, also als Dependency testen, wenn mich nur ein einziger Tool davon interessiert zum Beispiel. Da sollte man aber natürlich wissen, dass das halt einfach dann kein Code ist und man den halt eigentlich für factoren sollte. Dann wäre es halt auch einfach ohne so ein Tool. Einfach testbar. Und das Problem dabei ist einfach genau hier. People always follow path of life to assistance. Also wenn du Leuten ein Tool gibst, mit denen schnell zum Ziel kommen, was soll man das ist, nämlich vielleicht Testmethoden zu schreiben. Dann machen die das halt auch einfach und probieren gar nicht mehr die Code zu verbessern. Dann, man sieht dann einfach häufig folgende Probleme, nämlich, dass man einen Test schreibt, wo man ganz viel mockt und irgendwie im Detail sich das Verhalten der Mocks halt anders ist, als der echten Sachen, die man gemockt hat. Und es fällt einem ja gar nicht auf. Heißt, man testet gar nicht das, was man nicht testen möchte. Genauso passiert es einfach total oft, dass Leute Test schreiben mit Mocks und in Wirklichkeit gar nichts testen und es fällt ihnen gar nicht auf, weil sie einfach nur noch Mocks testen, die sich selber testen. Also es werden nur noch Mocks ausgeführt, die Mocks ausführen und letztendlich ist überhaupt kein Code gelaufen, der auch in Wirklichkeit läuft. Und außerdem ein riesiger Punkt ist, finde ich, Mocken führt einfach zu einer extrem starken Kopplung des Testcodes zu der Implementierung, was man einfach total vermeiden müsste, sollte. Tests bekommen, werden total instabiliert. Dadurch heißt, wenn man Kleinigkeiten am Implementierungscode ändert, bricht der Test sofort. Was dazu führt, dass einfach Leute trainiert werden mit der Zeit, den Mockito-Test gar nicht mehr zu verstehen, sondern einfach nur noch irgendwie an den Mock-Methoden rumzufummeln, bis der Test wieder grün ist. Aber eben siehe Punkt eins und zwei gar nicht drauf zu schauen, ob jetzt tatsächlich immer noch das getestet wird, was getestet werden soll. Ich habe jetzt auch mal ein paar Beispiele Mock-Tests geschrieben und das ist dann auch so, man schreibt einen Test führt ihn aus und geht halt erst mal nichts, weil natürlich ein Mock einfach erst mal nichts macht und dann tut man Stück für Stück einfach die benötigte Funktionalität halt dazu Mocken. Ja, und das letzte Zitat habe ich auch vor allem jemand im Internet gefunden, fand ich gar nicht schlecht. warum will ich eigentlich wissen, dass er etwas 17 Mal aufgerufen worden ist. Das klingt für mich auch schon noch so richtig kurz. Okay, weiter zu den Beispielen. Haben wir noch ein paar Minuten. Okay. Hier habe ich ein letztes Beispiel gefunden aus aktuellen einfach Code bei unserem Kunden. Da wird anscheinend in irgendeiner Klasse ein HTTP-Client benutzt und hier wird einfach mal der gesamte HTTP-Client nachemoliert mit Mocks. Also wir haben da irgendwie einen gemockten HTTP-Client und dann einen gemockten Call und einen gemockten Response und die Mocks, die geben sich gegenseitig zurück und dann haben wir einen Input-Stream, der auch nochmal rangemockt wird und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Da hätte man einfach den ganzen HTTP-Client hinter irgendein nettes Client-Interface verstecken können, was dann vielleicht sogar nur eine Methode hat und dann hätte man das einfach implementieren können durch ein simples Lambda und hätte so einfach das im Bustrip zurückgeben können. Das wäre doch viel praktischer gewesen, würde ich mir jetzt schon vorstellen. Dann irgendwie habe ich auch mal kurz in meinem Java-Doc von Mockito gewöhnt und habe ich irgendwie eine total nette Konstante gefunden, wo halt Mockito selber schon davor warnt, dass man nicht unbedingt alle Features von Mikito nutzen sollte, weil das eben einfach total schlechte Code ist und da sieht man halt auch so ein bisschen der Grund, weswegen das Tool überhaupt entstanden ist. Das ist so ein Hack. Mockito ist ein Hack. Wenn ich Legacy-Code habe, wenn ich irgendwelche Final-Klassen habe von irgendeiner Dependency, die ich einfach nicht wegbekomme und dann ein Tool brauche, um die dann doch irgendwie rausmocken zu können. Wenn ich aber den Code ändern kann, dann kann ich den einfach immer so ändern, dass ich Mocks einfach gar nicht brauche. Fand ganz nett hier, Everytime a Mock returns a Mock a Fairy dies. So, ich höre jetzt schon die Stimmen so im Hintergrund von wegen es ist überhaupt kein Unit-Test. Ja, da gibt es halt andere Meinungen, wie gesagt, andere Definitionen. Man kann auch einfach sagen, Unit-Tester geht es nicht darum, eine Methode oder eine Klasse zu testen, sondern eine Business-Functionality. Genauso von wegen, dass es irgendwie aufwendig wäre, Fakes zu schreiben. kann ich nur sagen, nee. Meistens Fakes, die ich geschrieben habe, haben halt eine Hash-Map drin oder eine Liste und das war es so ungefähr. Und die schreibt man auch nur einmal und dann benutzt man sie einfach für alle Business-Tests in der ganzen Anwendung. JGPC kann man nicht mocken, wie gesagt, einfach vielleicht hinter einem Interface verstecken. Und ja, ich denke einfach, in den meisten Fällen, wo jemand sagt, es ist viel einfach, Mockito zu nutzen. Das liegt einfach daran, dass der Code schlecht ist und man muss einfach ein bisschen besser es da machen. Refactoren. So. Das war es hiermit. Jetzt weiß ich nicht, wie wir in Punktlandung, genau 15 Minuten, wie wir weitermachen wollen. Also ich habe jetzt hier richtig coole Beispiele dabei in den Code. Wollte vielleicht erst mal ein paar Fragen stellen oder wollte einfach mal in diese Code-Beispiele eintauchen und dann vielleicht darüber gemeinsam diskutieren. Also ich würde dir jetzt erst einmal danken soweit und mein Vorrecht nur zum, eine kurze Frage zu stellen. Obwohl, ich weiß nicht, wie kurz sie tatsächlich ist. Aber im Endeffekt beschreibst du doch dann quasi vollständig integrative Tests oder testest du trotzdem noch auf Unit-Basis. Also vollständig integrativ natürlich mit allen externen Ressourcen gefakt. Aber testest du Klassen trotzdem noch auf Unit-Basis und nutzt darin nur Fakes? So im Prinzip diese Tests, wie ich gesprochen habe, da geht es nur darum, die Anwendung an der äußeren Hülle zu testen. Also die Methoden, die, also meine Regel ist dann auch, es dürfen nur die Methoden aufgerufen werden, die auch von außen aufgerufen werden, also von Controllern oder so. Ja. Und dann ist alles zusammengeschaltet, aber mit alles meine ich halt eben nicht externe Abhängigkeiten. da hängt keine Datenbank drin, kein IO passiert in den ganzen Tests. Das heißt, überall wo IO im Prinzip passiert, gibt es dann ein Fake. Also es ist quasi ein End-to-End-Test, wo du aber die Enden als Fake irgendwie abbildest? Ja, wie gesagt, nehmt alle die Begriffe, die für euch am sinnvollsten erscheinen. Ja, okay. Ja, das ist, genau, also ich will nur mein System testen. Deswegen, ich definiere zum Beispiel die Griffe Integration-Test so, dass ich sage, ein Integration-Test ist ein Anti-Pattern, weil für mich Integration-Test bedeutet, ich schalte zwei Systeme miteinander zusammen. das ist etwas zu schwer und ich mache, ich mache ein, ne, warte, sorry, ne, genau, andersrum. Was ich gerade beschrieben habe, das nenne ich einen Integrated-Test, also ein zusammen integriertes Test. Das will man nicht machen, ja, also zwei Server starten und dann irgendwie eine Teste über beide laufen lassen, was man eigentlich auch End-to-End-Test dann nennen. Was ich hier mache, sind sogenannte Integration-Tests und das ist dann für mich einfach nur die Integrationsschicht zu testen. Heißt zum Beispiel, ich habe meine Business-Logik getestet, so wie ich hier gerade beschrieben habe und dann habe ich halt einen REST-Controller, der die benutzt. Ja, diese REST-Schicht bei mir, die teste ich halt nur noch in der Art und Weise, dass ich schaue, hey, wenn ein Service diesen Wert zurückgibt, kommt dann ein 404-Status-Code raus oder kommt richtig formatiertes JSON dabei raus. Also ich teste nur noch die Übersetzung auf HTTP. Aber in dem Test, wo ich meinen REST-Controller benutze, wird kein echter Business-Code aufrufen. Da schaue ich nur, ob Input-Outputs entsprechend richtig transformiert werden von HTTP zu Java. Ich habe jetzt aber noch mal ganz kurz eine Frage. Also das heißt, du hast, sagen wir mal, 20 Klassen, die steckst du ineinander und schaust nur sozusagen von außen die Hülle an. Wenn du jetzt 20 Klassen hast und, sagen wir mal, für jede würdest du fünf, also fünf Unit-Tests schreiben, dann, um dieselbe Abdeckung zu bekommen, wenn du das als Gesamtsystem betrachtest, müsstest du ja, ich weiß es jetzt nicht, sehr viele Tests schreiben. Da ist alles miteinander multipliziert. Fünf hoch 20 vermutlich. Nee, nee, weil ich sehe einfach mein Gesamtsystem als eine Funktion. Das hat halt verschiedene Inputs und muss halt darauf reagieren. Natürlich, wenn ich irgendwelche komische Special-Berechnungen intern habe, komplizierte Berechnungen oder so, also ich schreibe da auch schon Tests innen drin für irgendwelche Sachen. So ist das nicht, aber vielleicht hier als gutes Beispiel. Ich habe mir hier mal ein Beispiel-Service geschrieben. Das soll so ein bisschen so ein Secret-Customer-Service sein und die wichtigen Methoden sind halt, ich kann Customer anlegen von einer natürlichen Person, Namen ändern und halt löschen und so weiter. Und dann habe ich halt einfach einen simplen, wo habe ich das? Falsch. Einen Test geschrieben, der halt einfach meine Business-Logik testet, nämlich ich kann einen angelegten Customer finden. So, mit der Search. Also ich rufe auf die echte Methode, also ich tue nicht in der Datenbank intern irgendwie was schon hinterlegen, sondern ich sage, hey, wenn ich Customer anlegen aufrufe und dann fein bei, dann will ich es finden. Genauso wie, wenn ich halt nichts angelegt habe, dann kriege ich nichts zurück. Wenn ich angelegt habe, das Ganze dann lösche, dann finde ich nichts mehr. Wenn ich angelegt habe, den Namen ändern, dann möchte ich es der Name geändert sein. Genau solche Tests halt. Also das sind so sozusagen diese Given When Then, was du gesagt hast, Behavior Driven Testing. Richtig? Das ist das. Ja. Weil das ist ja im Prinzip, man hat ja ein API. API ist ja nicht nur irgendwie wie das REST ausschaut, sondern auch das Verhalten und die Protokolle dazwischen. Kannst du dir vorstellen, du hast einen REST-Controller, eben wie vielleicht hier, wo ich diese drei Methoden habe oder vier, löschen, suchen, anlegen, ändern. Und das ist ja nicht nur, die API ist ja nicht nur, dass irgendwie wie das Datenschema ist vom JSON, sondern die API ist ja auch im Prinzip, man nennt es ja manchmal Protokoll, also welche Abhängigkeiten dazwischen es gibt. Eben wenn ich das aufrufe, dass dann ich das Resultat beim anderen Call eben auch erwarten kann. ist ja quasi ne, ne, tu, ne. Okay, dann ist ja quasi aber schon eine Bedingung für diese Tests, dass halt wirklich die einzelnen Endpunkte oder die API, die man halt testet, wirklich sehr feingranular ist, oder? Weil ansonsten, wenn man da jetzt eine Such-Api hat, die nur fünf optionale Parameter hat, dann explodieren dann ja schon wieder die Permutationen Tests. Genau. Suchen sind zum Beispiel ein Special Case, heißt, ich habe auch mal eine Suche mit Alastic Search gebaut. Alastic Search will sie es nicht in einem Fake nachimplementieren, ja. Und bei sowas hilft es halt nicht. Da hast du eine Suche mit random Parametern und dann musst du es halt mit dem echten Ding testen, so. Da führt er auch keinen Weg dann vorbei, dann muss man es mit Alastic Search testen. Da helfen dir halt dann, aber auch Mocks wiederum nicht. Das hilft dir dann, Mock. Was ich euch hier zeigen wollte, ich habe mir nicht einen Case gebaut, weil ich habe mich zurückerinnert an, wie das mal im alten Projekt mal bei mir war. Wir hatten ja auch so eine Art CQS Service und wir hatten das Ganze mal umgestellt. Also am Anfang hatten wir so Daten gespeichert und nur noch in der Datenbank als gelöscht markiert, also mit so einem Delete-Fleck. Und dann hatten wir das irgendwo mal umgestellt von, hey, wir löschen die Daten mal direkt. Und deswegen habe ich jetzt so zwei Packages, halt einmal mit Delete-Fleck und einmal direkt, da habe ich es mal so parallel implementiert in so einem Beispiel. Und ich habe halt einmal meine Tests mit Fakes und einmal mit Mockito. Und unter Mockito-Test hier, da geht es halt einfach nur darum, wenn ich einen, wenn ich ein Customer anlege, dann erwarte ich, dass Absurd aufgerufen wird in der Datenbank. So wie man mit Mockito das schreiben würde. Und ich habe das halt jetzt implementiert, auch dann also Refactored sozusagen, ich benutze kein Delete-Fleck mehr, sondern ich lösche die Daten direkt und ich habe einen Bug drin und es war halt derselbe Bug, den wir auch damals mal hatten. Und das Interessante ist halt, wenn ich den Test nochmal vergleichen, also der falsch verglichen, sorry. Der Test ist exakt dasselbe, den ich bei beiden benutze. Dieser Test mit Fakes erkennt aber den Bug sofort, weil einfach das Verhalten sich geändert hat. So, ein Test schlägt fehl. die Sache ist halt aber bei den bei den Mock-Tests, also wenn ich hier mal den Mock-Test nochmal copy-paste, was ist das Problem? nehmen wir jetzt mach ich mal rückgängig, so jetzt sind beide Mock-Tests genau gleich, okay? So, jetzt irgendwie, jetzt habe ich halt erstmal Compile-Fehler. Das ist das erste, was passiert. Warum? Weil nämlich in meinem Projo gibt es halt kein Delete-Flag mehr. Also muss ich schon überhaupt schon die Mock-Tests überhaupt anfassen, was halt blöd ist. Okay, dann denke ich mir, okay, muss ich wohl nur das Delifig rauslöschen. dann führe ich die Tests halt aus und jetzt sagt er mir halt, okay, irgendwie Absatz wurde hier nicht aufgerufen. Was ist das für ein Test? Update, View und Delete. das brauchen wir anscheinend nicht mehr. Löscht es halt weg und dann sind halt die Tests einfach grün. Dann checke ich ein und habe es halt nicht gecheckt, dass der Bug noch drin ist. Also ich finde das ein super Beispiel, was halt zeigt, so wenn du mit Mocks arbeitest, dann hast du halt meistens viel zu viel des Verhaltens weggemockt und du merkst gar nicht, dass du einen Fehler noch drin hast. Weil die Teste einfach nicht helfen. Die Tests testen Prinzip, die meisten Mock-Tests helfen dir nur zu testen, ob sich dein Programmcode geändert hat oder nicht. Aber das ist halt nicht besonders hilfreich. Ich habe hier auch ein anderes tolles Beispiel mal gefunden, auch beim Kunden. und zwar das hat Dave Farley als Mockery bezeichnet. Und zwar haben die hier irgendwie so eine Klasse, die heißt Restartable Stream Builder. Das soll irgendwie in Kafka streamen, wenn ein Fehler auftritt, einfach restarten. Also immer wenn irgendwas passiert, dann soll es einen Restart halt geben. So, da haben sie halt hier eine Klasse geschrieben und wie man sehen kann, da ist einiges an Logik drin. Das Witzige ist halt, ich habe in diesem Beispielprojekt kein einziges Spring Boot oder Kafka oder nix als Dependency drin. Ich habe einfach alle Sachen, das benutze ich als Interface. Das heißt, es gibt keine richtige Implementierung davon. Es gibt aber einen Test und der Test mockt halt einfach alles weg. Und wenn ich mir so einen Test anschaue, dann ist das einfach hier Return Stream Builder, wenn irgendwie ein Factory irgendwas bekommt und dann rufe ich was auf und mache auch eine Assertion. Und ich kann die Tests auch ausführen, die sind alle grün. Aber ich habe keine richtige Implementierung. Das hat also einfach überhaupt nichts getestet, diese Testklasse. Schaut aber auch was. Hey, ich habe so wahrscheinlich Testabdeckung auch noch bekommen. Hat einfach gar nichts erreicht. Und das ist einfach direkt aus dem Kundenprojekt probiert, also gar nicht mal irgendwie jetzt künstliche Zeug. Ja. Okay. Danke für die Beispiele. Ich habe auch noch ein nettes Beispiel, was vielleicht einfach so hilfreich sein kann, wenn du willst. Haben wir noch Zeit? Oder? Ja, also wir haben das kleine Problem, dass die Aufnahme pünktlich beendet wird. Also wenn es noch ein bisschen dauert, sollten wir vielleicht einmal kurz die Aufnahme austauschen, dass jemand anderes die übernimmt. ich kann leider persönlich nicht aufnehmen. Müsste das dann ein anderes versuchen? Es dauert auch nur eine Minute, aber jetzt ja, vielleicht kriegen wir es noch ein. Also die Sache war einfach nur diese ganz seltenen Fällen, wenn wir manchmal testen, ob ein Log-Event auch wirklich geschrieben worden ist. Und eine Sache, die ich dann einfach immer mache, ist, dass ich sage, ich schreibe mir einfach einen eigenen Log-Back-App, der einfach alle Log-Events in eine Liste reinschreibt. Also ein Fake-Appender im Prinzip. Und den hänge ich einfach in den Root dran und gut ist. Dann kann ich aber einen Test schreiben, ich rufe irgendeine Action auf, asserte das, Log-Event da ist. Mit den Level-Info, alles gut. Die Sache ist halt, wenn ich das mit Mokito mache, dann kann man auch irgendwie Static-Methoden mocken, das kriegt man auch hin. Problem ist halt einfach nur, wenn wir jetzt mal diesen Action-Service anschaut, diese Info-Methode ist halt extrem überladen. Da gibt es halt tausende Varianten davon. Und das Problem ist halt, das Mokito ist halt instabil. Ich teste das, es ist so, und dann irgendjemand kommt, ich mache einen Parameter hinzu, plötzlich funktioniert der Mok nicht mehr, weil der Mok eben diese Info-Methode gemockt hat nicht wiederum. So, das war es. Das war mein letztes Beispiel. Ja, danke dir. Ich finde vor allem eigentlich den letzten Ansatz sehr spannend, weil irgendwelche Logs mocken immer sehr nervig ist, finde ich. Das ist auf jeden Fall, denke ich, für einige APIs sehr guter Ansatz, kann mir aber auch einige vorstellen, für die es zu komplex wird. Ein bisschen Eigenwinnung machen. Okay, dann sind wir durch für heute. Ich beende mal die Ausnahme. Ich muss nämlich auch weiter, danke euch allen. Wir sehen uns. Ciao.